Liebes-Reunion mit Sarah? Darüber kann Pietro nur lachen. Das ist mal ein eindeutiges Start-Event. Nachdem diese Woche ein Foto von Sarah, 25, und Pietro Lombardi, 25, aufgetaucht ist, dass das Ex-Paar gemeinsam in einem Fitnessstudio zeigt, halten sich hartnäckige Gerüchte um ein Liebes-Comeback. Immerhin beobachten die Fans der einstigen DSDS-Teilnehmer schon seit einigen Wochen eine Annäherung der beiden. Der Sänger lachte sich über diese Spekulationen nun jedoch im Instagram-Livestream schlapp, Fakt ist einfach, wir trainieren im gleichen Fitnessstudio und das schon seit sieben Jahren. Und Alessio ist in der Kinder-Krabbel-Gruppe, praktisch so ein Kinder-Paradies im Fitnessstudio. Klar laufen wir uns da über den Weg, stellte er klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017